D-H-U-L-Qanin, arabisch D-M-G-U-L-Qanin, der mit den zwei Hörnern ist eine Figur, welche auf den griechischen Alexander-Roman zurückgeht und an einer Stelle im Koran vorkommt. Sie wird größtenteils mit Alexander dem Großen identifiziert, von einigen auch mit dem byzantinischen Kaiser Heraklaus. Einige Quellen behaupten, dass es sich dabei um den Großen Kuris handelt, auch ist zu bedenken, ob es sich dabei um Tschernun-Oz. Den mit den zwei Hörnern handelt. D-H-U-L-Qanin kommt im Koran in der Schur 18 Verse 83 bis 98 vor, wo er gegen G-U-G und Magog im Koran Ja-Chöch und Ma-Chöch, Ja-G-U-G-Wama-G-U-G, gekämpft habe, wobei er sie besiegte, indem er eine Mauer aus Eisen mit Kupfer übergoss. D-H-U-L-Qanin wird als gläubiger Muslim betrachtet, Weil er zu den Völkern im Westen von der Bestrafung Gottes der Freifler und seiner Güte gegenüber den Rechtgläubigen gesprochen habe, es herrscht. Jedoch Uneinigkeit darüber, ob er auch als Prophet anzusehen sei, Textauszug aus dem Koran in Übersetzung.